herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem youtube kanal ich bin die torfina und wir machen gleich weiter direkt mit den adventskalendern aber als allererstes möchte ich direkt mal ankündigen ich habe die 300 abonnenten überschritten sehr sehr vielen herzlichen dank dafür das ging ja doch schneller jetzt als gedacht und ja auf die nächsten 100 damit wir 400 dann haben und ja es wird auf jeden fall ein 300 abonnenten spezial geben ich habe schon ein paar leute paar freunde gefragt ob die was aufnehmen und genau das wird dann am wochenende geben samstag sonntag setze ich jetzt mal an samstag sonntag sowas und ja darauf gedürft ihr euch auf jeden fall freuen auf das abonnenten spezial genau so wir sind ja beim adventskalender wir haben heute den elften bin ich mich nicht irre ja genau weil die elf ist ja noch nicht offen hier die elf haben wir hier genau ist euch das schon mal passiert dass ihr eine falsche zahl aufgemacht habe am kalender mir ist das bis jetzt soweit ist man schon mal passiert kann ich mich nicht daran erinnern wird jetzt jeder sagen ist mir das schon mal passiert kann ich mich nicht daran erinnern hier einmal schokolade so dann der große ich muss man hinter euch greifen die ist da ganz oben die 11 kann man nicht erkennen da oben ist die 11 sie oder so eine kleine schokoladentee für kinderweise ein kleines dingen so ja dann haben wir schon elf türchen offen sehr gut wir nähern uns der ziel geraten ganz langsam ganz schnell und langsam so jetzt wird er um das ist ja hervorragend ein moment hinter den kulissen alles live court an kamera oder wie das heißt ich und englisch ich bin sehr gut in englisch so bleibt stehen so bleibt einfach nicht stehen so nee aber auf jeden fall vielen vielen dank für die 300 abonnenten ich habe sogar 303 habe ich gestern gesehen und ja auf die nächsten 100 genau wie gesagt am wochenende gibt es ein 300 abonnenten spezial weil jedes mal wenn ich eine runde zahl habe 300 abonnenten 400 500 und so weiter war ich immer ein spezial wenn ich die 1000 habe wird das abonnenten spezial auf jeden fall ein live stream sein da würde ich zum ersten mal live gehen weil ich mache das ja meistens übers handy und übers handy kann man nur live gehen wenn man 1000 abonnenten hat genau theoretisch könnte ich das an meinem pc schon früher machen ich könnte jetzt quasi meine webcam obendrauf setzen aber mein pc der ist so langsam wird ist das macht keinen sinn genau deswegen warte ich lieber satin die ist ja auch sehr starke leistungsstark und ich denke da funktioniert das auch und genau dann habe ich lieber noch ein bisschen geduld bis ich 1000 erreicht habe dann kann ich vernünftige livestreams machen und ja da würde ich mal sagen bis zum nächsten video euer tofina